Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie. Heute wollen wir uns angucken, wie das BitTorrent-Netzwerk eigentlich funktioniert. Das heißt, ja, das BitTorrent-Netzwerk ist ja eigentlich sehr, sehr interessant, weil es hat ein Peer-to-Peer-Verständnis. Das bedeutet, man überträgt nicht Daten irgendwie vom Client auf Server bzw. vom Server auf Client, sondern wenn jemand Daten überträgt oder bekommt, dann liefert er auch gleichzeitig wieder Daten an jemand anders. Das ist so ein bisschen der Trick hinter BitTorrent. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Datei hochlädt, dann lädt er die erstmal nicht nur an eine Person, sondern er lädt sie an einfach jeden, der sie halt haben möchte. Aber jeder, der sie haben möchte, verteilt sie dann auch an alle anderen wieder weiter. Und das ist sehr, sehr komplex und P2P bedeutet auch immer irgendwie, man muss einen Bootstrapping-Prozess haben. Der ist nicht ganz so einfach. Und das wollen wir uns heute mal kurz angucken. So, also als allererstes gibt es mal jemanden, der eine Datei teilen möchte. Das ist der Uploader oder Seeder. Und dieser Seeder, der möchte jetzt seine Datei zum Beispiel tutorial.abc.mp4 teilen mit allen anderen auf dieser Welt. Achtung, es gibt irgendwie keine Zugriffsbeschränkungen. Das heißt, jeder, der diese Datei auch wirklich möchte, kann sie haben. Das funktioniert folgendermaßen. Dieser Seeder generiert jetzt ein Torrent und lässt gleichzeitig bei sich sozusagen das Netzwerk laufen. Das heißt, der muss online sein. So, und dann teilt er dieses Torrent mit anderen Leuten. Das bedeutet, er schickt seinen vier besten Freunden oder er teilt es auch einfach auf gewissen einschlägigen Plattformen. Aber er schickt diese Torrent-Datei an andere Leute, an vier weitere Leute jetzt in unserem Beispiel. So, und diese Leute sind dann jetzt Peers oder Downloader. Und ja, diese Peers, die wollen jetzt natürlich diese Datei haben. So, und der Seeder, der macht jetzt folgendes. Der überträgt erstmal ein paar Dateifragmente an den ersten Peer, ein paar andere Dateifragmente an den zweiten Peer, ein paar andere Dateifragmente an den dritten und ein paar andere nochmal an den vierten. Das heißt, eine Datei wird auch aufgeteilt in mehrere Parts sozusagen. Und die können unterschiedlich groß sein. Meistens sind sie dann so ein paar Megabyte, meistens so circa zwei Megabyte oder sowas, mehr eigentlich selten. Und dann werden eben zwei Megabyte übertragen. Das ist nicht viel, das ist ungefähr die Größe von einem großen Netzwerkbild, sage ich jetzt mal. Also das kann man wirklich mal ohne Probleme auch einfach hochladen. Und das geht dann recht fix eigentlich. Und der überträgt jetzt einfach diese Dateien an diese Downloader. Aber er muss nicht alles übertragen, also nicht seine ganze Datei viermal übertragen, sondern dieser Downloader, der erste zum Beispiel, der hat jetzt andere Parts als der zweite. Also die beiden links oben und links unten haben unterschiedliche Dateifragmente. Und das bedeutet, der obere Downloader kann jetzt auch dem unteren Downloader seine Dateifragmente zur Verfügung stellen. Und der untere stellt sie dem oberen zur Verfügung. Das bedeutet, der Seeder, der in der Mitte, der die Datei ursprünglich teilen wollte, muss jetzt diese ganzen Dateiparts nur ein einziges Mal hochladen. Und es haben aber schon zwei Leute. Wenn die jetzt noch anfangen miteinander zu teilen, die und die, dann ist insgesamt die komplette, also das ist im Endeffekt diese P2P-Struktur. Jeder teilt seine Dateifragmente mit jedem anderen. Und sozusagen unglaublich soziales Konzept eigentlich, wenn man so möchte. Denn der Seeder muss jetzt eben insgesamt die Datei auf jeden Fall ein einziges Mal teilen. Und dann muss im Endeffekt jeder andere auch wieder die Datei sozusagen teilen. Das heißt, jeder schiebt einfach die ganze Zeit irgendwelche Fragmente hoch. Und die Reihenfolge von diesen Fragmenten, die ist völlig egal. Und der Torrent-Client an sich, also zum Beispiel BitTorrent oder U-Torrent oder sowas, die ordnen dann die einzelnen Fragmente und bringen das dann wieder in eine Ordnung. Und am Ende hat man wieder eine Datei oder mehrere Dateien. Es können auch mehrere Dateien in einem Torrent drin sein. Und ja, dann kann man natürlich hier ohne Probleme die Datei richtig schön verteilen. Und das Ganze wird auch sehr, sehr weit genutzt. Und Torrent an sich, meine Freunde, ist nicht illegal. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Torrent ist ein ziemlich weit verbreitetes Konzept. Das wird auch zum Beispiel von Facebook zum Verbreiten von seinen eigenen Updates eingesetzt. Also auf den verschiedenen Facebook-Servern. Facebook hat nicht nur einen Server, sondern mehrere Server. Und wird auch dort eingesetzt zum Verbreiten von ihren Updates. Auch Twitter verbreitet auf ihren Servern die Updates via Torrent. Und das ist ziemlich nützlich, weil ja klar, die Server laden einfach gleichzeitig die ganzen Parts hoch. Und so hat man eigentlich das schnellste Konzept überhaupt. Ja, und auch einen schönen Ausgleich eigentlich von der Last. Also je nachdem, wie viel Last man natürlich hat, kann man auch einfach die Geschwindigkeit runterfahren. Und andere müssen dann ein bisschen mehr leisten und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich automatisch regelnd. Aber dadurch ergibt sich dann natürlich auch öfters mal ein Übertragungsfehler oder sowas. Dass zum Beispiel mal einer Mist verbreitet oder sowas. Oder die Datei irgendwie kaputt ist. Oder jemand hat einen Festplattenfehler. Deswegen können einzelne Fragmente kaputt sein. Also einzelne von diesen 2-Megabyte-Fragmenten. Das kann häufiger mal passieren. Oder zum Beispiel hat man auch einfach bösartige Fragmente oder sowas. Und dazu gibt es dann eben immer einen SHA-1-Hash. Und diesen SHA-1-Hash-Wert, der wird einfach immer berechnet und dann verglichen, ob das auch wirklich so sein sollte. Und ja, das ist dann sozusagen immer dabei. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was das BitTorrent-Netzwerk ausmacht. Dadurch hat man eigentlich ein relativ schnelles System entwickelt, wo man auch relativ gut und schnell Dateien eigentlich übertragen kann. Wichtig ist allerdings, man ist natürlich hier auf die Leute angewiesen. Das heißt, wenn es keinen Uploader mehr gibt oder keinen Seeder oder generell, also wenn es überhaupt keinen Seeder mehr gibt, also keinen, der die Datei vollständig hat, dann kann natürlich die Datei auch nicht mehr aus dem Nichts konstruiert werden. Sprich, wenn der verschwindet, dann ist diese Datei kaputt. Und wenn ihr von mir aus 99,9% runtergeladen habt, es aber keinen mehr gibt, der 100% hat, dann gibt es auch niemanden, der euch dieses letzte fehlende Fragment noch zur Verfügung stellen kann. Sprich, die 99,9% waren umsonst runtergeladen. Und da spricht man von der Gesundheit oder der Health von einem, äh, von einem, ja, von einer Datei. Und die kann halt leider mal komplett kaputt sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Datei sich wirklich rasend schnell verbreitet und mehrere hundert oder tausende Seeder vorhanden sind, dann geht das unglaublich fix. Da habt ihr Download-Speede, das ist nicht mehr normal. Also da seid ihr quasi sofort fertig. Das ist schneller, als wenn ihr Steam oder, keine Ahnung, ja, bei Steam irgendwas runterladet. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und, ähm, ja, deswegen ein gutes Konzept. Aber man muss natürlich auch immer auf die Health von diesen Dateien schauen. Da kann einiges natürlich schief gehen. Man ist immer auf andere Leute angewiesen. Aber wenn ein Seeder vorhanden ist, also zum Beispiel ein Server, zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, bei, früher gab es mal so eine Seite, äh, die Software, ich möchte den Namen nicht sagen, wie ihr vielleicht merkt, äh, die Software zum Runterladen angeboten hatten. Die haben das auch irgendwann mal über Torrent angeboten. Und, ja, da ist natürlich dann immer ein Seed vorhanden. Und das heißt, die Datei ist niemals tot. Aber je mehr Leute eben diese Datei noch sharen, desto schneller geht es natürlich. Und da ist es natürlich dann sehr sinnvoll, weil die Datei ist auf jeden Fall immer verfügbar. Aber wenn es halt viele soziale Menschen gibt, die das die ganze Zeit hochladen, dann, äh, hat man natürlich, äh, viel, viel schneller die Datei auch wirklich da. Und, ja, das ist eigentlich so alles, was ich euch dazu sagen möchte. Das Konzept an sich ist wirklich nicht kompliziert. Ähm, das Bootstrapping hier wird einfach umgangen, sozusagen, indem man die Seeder dazu zwingt, den Link anderweitig zu teilen. Also, den Link dann irgendwie zu verschicken oder sowas. Und, ähm, ja, man muss nicht einfach nur das Protokoll starten oder den Client starten und man hat plötzlich schon das Torrent. Nein, das Torrent muss auch so nochmal verteilt werden, wo dann drin steht eben, mit welchem Seed man sich verbinden soll. Gut. Und, ja, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.